Mein Name ist Maike Manske, ich bin Leiterin der Handschriftenabteilung hier in der Landesbibliothek und stellvertretende Leiterin des Dezernates Bibliothek. Ortschroniken sind umfassende chronologische Darstellungen von Alltagsgeschichte und Heimatgeschichte eines Ortes. Die ältesten Exemplare unserer Bibliothek stammen aus dem frühen 18. Jahrhundert, es gibt sie aber auch als ganz aktuellen Bestand. Stand 2020 haben wir einen Bestand von circa 1300 Ortschroniken, die im Online-Katalog verzeichnet sind. Diese Katalogdaten liefern wir auch für Koning da Vinci. Bisher war es möglich, die Ortschroniken, wie sie im Online-Katalog der Landesbibliothek verzeichnet sind, über eine Image-Map nach Landkreisen oder den kreisfreien Städten abzufragen. Was auch immer im Hackathon dabei herauskommt, wir wünschen viel Spaß und ein Pass.